Nachdenkseiten Die kritische Website Baerbock schwadroniert, Deutschlandfunk sendet Ein Kommentar von Frank Pletz Eine Nachrichtensendung ist nach journalistischen Regeln der Darstellungsformen eine Informationssendung. Sie ist keine Meinungssendung, keine Verbreitungssendung von Meinungen, keine Beeinflussungssendung. Sie ist vielmehr eine Sendung, welche mit ihren Inhalten ausgewogen und neutral veröffentlicht wird. Eigentlich. Das wissen die Macher, wie zum Beispiel die vom Deutschlandfunk DLF wohl. Unsere Außenministerin, präsentiert als Wertetante Die DLF-Redakteure senden stattdessen ohne Unterlass meinungsprägend, manipulativ, unausgewogen. Als Zuhörer fühlt man sich gerade beim Konsum der Sendungen von Neuigkeiten über die Regierung via DLF, als würden Regierungssprecher die Beiträge formulieren. Gerade wurden Neuigkeiten über ein Treffen der Außenminister der G7-Staaten in Japan offenbart, in welchen die Aussagen und Forderungen der G7-Seite benannt, aber wie so oft diesen Kein gegenübergestellt wurde. Nur ein Beispiel, eins der vielen täglichen Bürgerbeeinflussung von Medien, um die Bürger auf Linie zu halten. Wertebasiert, versteht sich. Die Nachricht im DLF lautet Vor dem Hintergrund des russischen Ukraine-Kriegs und Chinas Machtstreben im Indopazifik wollen sich die sieben führenden Industriestaaten für eine globale Wertepartnerschaft einsetzen. Außenministerin Baerbock sagte beim G7-Treffen im japanischen Karuisawa, die Gruppe wolle Angebote für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe machen. Niemand wünsche sich eine neue Blockkonfrontation. Allerdings würden viele Partner in der Indopazifik-Region erleben, wie Peking immer mehr die internationalen Regeln durch seine eigenen ersetze. Daher sei es so wichtig, dass die demokratischen und wertebasierten Länder zusammenstünden. Den G7 gehören neben Deutschland und Japan auch Frankreich, Italien, Kanada, die USA und Großbritannien an. Durchwinken von Phrasen Dem Zuhörer, welcher nicht vor Freude auf- und niederspringt, hört er die ausgewogenen Worte der Außenministerin, kommen die dazu passenden DLF-Nachrichten regelmäßig wie Veralberungsaktivitäten vor. Gerade wieder geschehen beim Ausstrahlen der obigen Nachricht vom G7-Außenministertreffen. Man verkauft dem Publikum tatsächlich beständig die Weltsicht, also die westliche, so. Das war so, das ist so, das bleibt so. Wer was anderes sagt und meint, wer gar kritisiert, gehört nicht zur Gemeinschaft. Nicht zur westlichen Wertegemeinschaft, nicht zu den darin führenden Nationen, nicht zu dieser als Werte basierten Gemeinschaft definierten Verbindungen gar. Und fair sein, das können ausschließlich Baerbock und Co. Die Nachricht informierte weniger, als dass sie unfreiwillig entlarvte, und zwar die Arroganz von Politikern wie Baerbock. Fragen satt kommen dem Hörer. Welche Werte, welche Augenhöhe, welche internationalen Regeln? Realsatire made by Baerbock und Co. Lustig ist es geradezu, dass Baerbock meint, man wünsche keine neue Blockkonfrontation. Ist das ein Rätselspaß, den sie da anschiebt? Keine neue Konfrontation heißt also, es gibt schon Blöcke und Ärger, man wolle eben keine neuen? Oder meint sie, dass es keine Blöcke mehr gibt, aber Gefahr von Neuen bestehe? Apropos Regeln. Ironisch zu sagen ist, Deutschland hält sich an internationale Regeln. Frankreich gibt ganz sicher keinen neokolonialen Macher. Italien und Kanada wirken geradezu brav, wobei gerade Kanadas Freihandelspolitik vorbildlich geregelt ist. Die USA sind das selbsternannte Land des Guten. Und Großbritannien ist ein Königreich, welches neuerdings schon mal gern wieder im Osten Europas mitmischt. Unter anderem auch mit Uranmunition. Alles Werte basiert, versteht sich. Alles geschehe auf Augenhöhe, wie die Chefin aus dem deutschen Auswärtigen Amt meint, die mit offenen Armen, ja klar, nun faire Angebote machen will, für eben diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Da muss dann was vorher gelaufen sein, anders eben. Soll es also vorbei sein, mit dem nicht auf Augenhöhe agieren, wie bei der Rohstoffausbeutung und bei einseitigen Knebelverträgen? Glaubhaft ist das eher nicht, denn die G7 gehören zu den Ländern, die sich bestens mit nicht auf Augenhöhe handeln, auskennen und deswegen nun zunehmend in der Welt, die als weniger westlich wertebasiert beschimpft wird, in die Defensive geraten. Die Anmaßung der G7-Führungsgremium der Weltgemeinschaft, der Willigen, der Einsichtigen, der demokratischen Nationen zu sein, wird weltweit zunehmend kritisch gesehen und abgelehnt. Man solle Frau Baerbock sagen, dass die UN mit 193 Mitgliedstaaten das Gremium der Welt ist, in welchem alle Staaten auf Augenhöhe gleichberechtigt verhandeln, diskutieren, entscheiden. Leider wird der hohe Wert der UN gerade von diesen Ländern der G7 selbst gefällig unter Augenhöhe eingetaktet. Die eigene Wertebasis hat Vorfahrt. DLF verkündet weitere Realsatiren aus der Welt der mächtigen Wertebasierten. Die internationale Ordnung sehen die Außenminister der G7-Staaten in Gefahr, laut einer Meldung vom DLF. Die Außenminister der G7-Staaten haben sich bei ihrem Treffen in Japan gegen jegliche gewaltsame Änderung der internationalen Ordnung gestellt. Wieder dreht sich das Fragekarussell. Was ist die internationale Ordnung? Wer bestimmt über die Ausgestaltung und über etwaige Veränderungen von Ordnungen, Verabredungen, Verhältnissen? Jegliche Gewalt ist abzulehnen. Das ist aus der Forderung an sich löblich herauszulesen. Schöner Versuch. Schöner wäre es, würden sich die G7-Staaten ebenso an ihre Aussagen halten. Wer hat die größten Armeen, die größten Flotten, die höchsten Militärausgaben, die meisten Militärstützpunkte, die meisten Sanktionsmaßnahmen in Dauerschleife, die meisten verursachten Krisenherde auf dem Konto? Konfrontation statt Diplomatie. Doch es regt sich Widerstand. Gruselig ist, wenn einerseits von Entspannung geredet wird, um dann eine Verschärfung der Maßnahmen gegen Russland zu planen, Sanktionen zu intensivieren und damit anderslautende Vorschläge eben von Ländern, die noch nicht auf Augenhöhe angesehen werden, arrogant vom Tisch der Diplomatie zu wischen. Gerade fordern Staaten des globalen Südens Friedensgespräche. So setzt sich Brasiliens Präsident Lula da Silva für eine Verhandlungslösung zwischen Moskau und Kiew ein. Baerbocks Ankündigungen einer gleichberechtigten Zusammenarbeit wirken dagegen wie Worthülsen, hinter denen eben ganz andere Ziele als Zusammenarbeit stecken. Es ist offenbar, der Westen und der globale Süden stehen sich als Blöcke gegenüber. Allein bei Ansichten, Vorschlägen und Zielen um den Ukraine-Krieg und dem Danach sind sie verschieden. Der nicht-westliche Block fordert das Ende westlicher Dominanz und nicht etwa nett klingende Augenhöheangebote. Ob das Baerbock schon begriffen hat? Die eingangs zitierte DLF-Nachricht könnte stattdessen so lauten. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und Chinas Außenpolitik im Indopazifik haben sich die Außenminister der G7-Staaten getroffen, um für eine neue Form globaler Zusammenarbeit zu werben. Außenministerin Baerbock sagte beim G7-Treffen im japanischen Karui Zawa, die Gruppe wolle Angebote für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe machen. Niemand wünsche sich eine neue Blockkonfrontation. Baerbock beobachte, dass China seine Aktivitäten in der Indopazifik-Region verstärke. Während die G7-Außenminister weiter eine Verschärfung der Maßnahmen gegen Russland planen, fordern Vertreter des globalen Südens wie Brasiliens Präsident Lula Friedensgespräche zwischen Kiew und Moskau. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.